Ja, soweit Marie-Agnès Strack-Zimmermann, die gestern zur Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl im Juni gewählt wurde. Über diese beiden Parteitage von FDP und SPD kann ich nun sprechen mit dem Politikwissenschaftler Uwe Juhn. Guten Tag, Herr Professor Juhn. Guten Morgen, Herr Fittger. Sie haben sich ja gerade diesen Ausschnitt aus dem Interview mit Strack-Zimmermann, der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, jetzt Spitzenkandidatin der Liberalen, nochmal angehört. Da klangen ja, ich sag jetzt mal, kommissionskritische Töne an. Ist es so ein probates Mittel, vermutlich auch für Strack-Zimmermann, gegen die Kommission namentlich Ursula von der Leyen, jetzt Wahlkampf zu machen? Naja, man kann sagen, die Europäische Kommission ist in Deutschland nicht besonders beliebt. Sie wird nicht gerade mit hohen Vertrauenswerten belohnt. Und von daher kann man schon sagen, dass hier sowohl inhaltlich wie auch strategisch es gar kein schlechtes Unterfangen ist, gegenüber der Europäischen Kommission kritische Töne anzuschlagen. Zumal ja Frau von der Leyen auch noch der CDU angehört und damit auch einer politischen Konkurrenzpartei für die FDP, die auch noch Oppositionspartei ist im Gegensatz zur FDP. Ja, kritische Töne sind das eine, Herr Professor Juhn, ich sag jetzt mal Bolzen gegenüber Brüssel. Ist das andere? Denn davor haben ja beide Parteien, sowohl SPD als auch die Liberalen, namentlich Christian Lindner, ja gewarnt. Lindner sagte, man solle diese EU-Wahl, diese Europawahl nicht zur Protestwahl machen, sondern da gehe es um wichtige politische Entscheidungen. Das heißt, das ist doch ein schmaler Gras, gerade zwischen Kritik und Holzerei, oder? Na ja, nun ist Frau Strack-Zimmermann bekannt dafür, dass sie, das hat sie ja auch deutlich gesagt, klare Worte wählt und auch ziemlich deutlich nach außen kehrt, welche Positionen sie vertritt. Und es kann ja auch nicht so enden, dass die vier Parteien, Grüne, SPD, FDP und am Ende die CDU nun vollständig einheitlich auftreten. Dann würde der Parteienwettbewerb ja lahmgelegt. Also bestimmte Unterschiede sollte man hier schon noch markieren zwischen den Parteien. Denn ansonsten würde man sich vollständig hier im Parteienwettbewerb nicht mehr unterscheiden. Und das kann ja auch nicht Ziel eines solchen Wahlkampfes dann für das EU-Parlament sein. Aber ich denke schon, dass Frau Strack-Zimmermann hier das abgewogen hat und durchaus hier auch inhaltliche Differenzen dann aufmachen kann. Auf der anderen Seite der Parteien, die am Wochenende ihre Spitzenleute gewählt haben, erscheint Katharina Barley. Sie ist ja Vizepräsidentin im EU-Parlament, jetzt erneut Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten. Und Barley hat im Phoenix-Interview die Notwendigkeit des individuellen Asylrechts betont. Es müsse dabei bleiben. Wie bewerten Sie diese Tatsache, dass sie das so deutlich betont hat? Frau Barley ist bekannt dafür, dass sie gerade, was rechtsstaatliche Positionen betrifft, eben immer auch eine klare Kante gezeigt hat. Und dass sie eben auch in der Migrationspolitik eher sich zugunsten des individuellen Asylrechts ausgesprochen hat. Das ist also nicht neu. Sie vertritt hier eine Position, die wir von ihr tatsächlich schon seit Jahrzehnten kennen und die sie hier nochmal nur erneuert hat. Und die übrigens auch in der SPD, glaube ich, unstrittig ist. Auf diesem Parteitag ist ja auch der Bundeskanzler aufgetreten in Berlin. Er hat die, das fand ich durchaus bemerkenswert, die europäischen Partner dazu ermahnt, die Ukraine mehr zu unterstützen. Herr Scholz wird ja auch demnächst nach Washington fliegen, sich mit dem US-Präsidenten treffen. Wie bewerten Sie das, Herr Professor Jung? Ist das jetzt eine neue Tonlage von Olaf Scholz, auch vor der SPD? So weit würde ich nicht gehen. Olaf Scholz macht deutlich, dass Deutschland schon viel leistet, dass Deutschland sehr stark die Ukraine unterstützt und dass Deutschland eben sehr viele Beiträge leistet. Und er fordert nun ein, dass andere sich eben so beteiligen. Das lenkt noch nicht davon ab, dass er bei einzelnen Waffensystemen da doch noch etwas skeptisch ist und hier noch eine gewisse Zurückhaltung hat. Aber insgesamt markiert er schon seit einiger Zeit eben, dass Deutschland eine große Unterstützung leistet. Und er betont ja auch immer wieder, dass der ukrainische Staatspräsident sich dafür bedanken würde bei ihm. Das sozusagen zu diesen beiden Parteitagen, die am Wochenende stattgefunden haben mit Blick auf die Europawahl. Schauen wir noch auf das, was sonst so im Land im Moment passiert. Massendemonstrationen in Deutschland auch wieder am Wochenende gegen Rechtsextremismus. In Deutschland mehr als 100.000 Leute waren auf der Straße. Nun gab es vor diesem Hintergrund gestern eine Stichwahl um das Amt eines Landrates im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Und da hat sich der CDU-Mann Christian Hergott durchgesetzt, obwohl der FDP-Mann Uwe Throm im ersten Wahlgang viel mehr Stimmen hatte als der CDU-Mann. Also der hat sich jetzt durchgesetzt. Herr Professor Juhn, könnte das schon ein Reflex, könnte das schon eine Wirkung sein dessen, was da auf den Straßen stattfindet, dass so viele Bürger mobilisieren gegen Rechtsextremismus in Deutschland? Ich würde sagen, wir haben auch schon vorher gesehen, dass dann in Stichwahlen sich Kandidaten der anderen Parteien gegen den AfD-Mann oder die AfD-Frau, meistens war es ein Mann, durchgesetzt hat. Das ist also jetzt nicht ganz neu, sondern wir haben diese Entwicklung schon auch bereits im letzten Jahr gesehen, dass es da bei einzelnen Stichwahlen schon zum Sieg dann eines Kandidaten der traditionelleren Parteien, der etablierteren Parteien gekommen ist. Aber sicherlich zeigt sich eben hier in dem, was auf den Straßen stattfindet, dass eben der Rechtsextremismus jetzt viele Menschen, die Angst vor dem Rechtsextremismus, viele Menschen dann auf die Straßen bringt und dass das Thema stärker dann in den Vordergrund gerückt wird und hier eine größere Sensibilität dann vorhanden ist bei vielen. Sagt Professor Owe Juhn, der Politikwissenschaftler zugeschaltet aus Trier. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und diese Analysen am Montagmorgen. Ich danke Ihnen, Herr Fittkau.